So many humans in this world, stories worth telling you've never heard. Sometimes you think there's no way out, but there are a million pounds behind these clouds. Banken können per Knopfdruck Geld aus dem Nicht erzeugen und können das Geld als Kredit vergeben. Sie können aber auch selber einkaufen, Gold, Aktien oder halt auch Unternehmen. Die Reif Eisenbank hat genau das gemacht. Sie hat Unternehmen damit aufgekauft und ihre ehemalige CEO, Pierin Vincenz, hat allem anscheinend dafür gesorgt, dass von dem Geld, das um nichts hergestellt wurde, 5 Millionen in seine eigenen Taschen gewandert sind. Mit der Vollgeldinitiative wäre so etwas nicht mehr möglich. Banken würden verboten, dass sie selbst Geld herstellen. Die Banker könnten sich entsprechend weniger bereichern mit solchen Deals und nur noch die Nationalbank dürfte Geld herstellen zum Wohl der ganzen Schweiz. Darum am 10. Juni ein Ja zur Vollgeldinitiative. Musik Untertitelung des ZDF, 2020